Ja, moin meine Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Ace und wir haben folgendes Setup dabei. Städtische Umgehung, Verwandt, Flink, Adrenalin. Ich will nochmal hier so ein bisschen die letzten 100% Offerings wegballern und ich glaube, das hier ist sogar das letzte. Wir haben im Stream gestern schon mal ein paar an den Mann gebracht und ich glaube, danach müssten wir durch sein. Aber warten wir mal ab. Das heißt, Ace könnte wieder prestigiert werden auf Prestige 2. Beziehungsweise erstmal muss er hochgelevelt werden, weil er noch nicht ganz auf Level 50 ist. Aber ja, das sehen wir ja dann. Ich habe eine Regenbogenkarte dabei, damit wir ein bisschen mehr Punkte bekommen in der Zielkategorie. Obwohl wir da ja eigentlich auch immer fleißig die Generatoren machen, deswegen eigentlich mache ich mir da keine Sorgen. Und dann warten wir mal ab, ob wir mitbekommen, gegen welchen Killer wir spielen. Meine Stimme ist heute immer wieder irgendwie ein bisschen angeschlagen. Es ist irgendwie immer so ein Auf und Ab in letzter Zeit. Keine Ahnung, was da los ist. Liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass jetzt irgendwie wieder ein bisschen kälter ist und alles. Da oben ist ein Todem. Interessant. Ja, ich renne aber erstmal weiter. Und Todems können wir dann gleich immer noch machen. Da hinten ist auch schon so gut wie fertig. Wo ist denn der Killer? Ah, hier irgendwo. Ach da! Eine Hexe. Alles klar. Da gehe ich mal woanders hin. Muss ich ja nicht auch noch mit rumrennen, oder? So, ist sie hinter mir hinterher? Nee. Hinter jemand anderem. Alles klar. Gar nicht mitbekommen. Moin. So, jetzt ist sie hinter uns hinterher. Alles klar. Oder auch nicht. Hier macht jemand ein Todem. Oh, war sogar ein verfluchtes. Moin. Oh, die hat noch ein verfluchtes Todem dabei. Ruin ist auch noch am Start. Noch gar nicht gemerkt, weil wir hier die ganze Zeit fleißig am Generator arbeiten. Vielleicht. Ich meine, oben ist ja eins, ne? Aber wie hoch ist die Chance? Schiffs. Warte mal, ist da vorne ein Todem zufällig? Nee. Ja, ich meine, wir werden es sonst nie erfahren. Rennen wir mal kurz nach oben. Wofür haben wir die Regenbogenkarte dabei? Ah, da ist noch ein Generator fertig. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht Generator gesagt habe. Das leuchtet leider nicht. Naja. Nehmen wir es mal trotzdem weg. Könnte gut sein, dass sie halt drüben, auf der anderen Seite, den anderen Typen gesehen hat. Da vorne kommt sie. Legt ein paar Fallen. Ich meine, positiver Nebeneffekt, wir haben die städtische Umgehung dabei. Da hinten ist wirklich eins. Dann gehe ich da mal hin. Durch städtische Umgehung habe ich halt die Hoffnung, dass wir vielleicht an das Todem rankommen, ohne dass sie das mitbekommt. Großartig. Was hatte sie dann wohl noch dabei, die aufgezählte Hoffnung? Naja, da ist es. Und das leuchtet schön. Gut, leuchtende Todems. Kann ich nicht besonders gut leiden. Deswegen nehmen wir es weg. Da ist auch eine Falle genau neben uns. Und zack. Was ist los? Tut mir leid. Okay. Oh, der Generator ist wieder komplett zurück. Mal eben kurz. Da hinten ist noch ein Todem, alles klar. Muss gleich auch nochmal hier in der Ecke schauen. Boah, die Gens werden aber auch durchgeknüppelt, ey. Die Gens werden wieder durchgeknüppelt. Da kommt die Hexe. Okay, die andere wird gejagt. Schon wieder die. Die Arme. Naja gut, irgendjemand muss den Kopf hinhalten fürs Team. Gibt immerhin noch ein paar Punkte in der Jagdkategorie und all sowas. Ach guck mal, jetzt ist die nächste am Wickel. Ja, das Problem ist, wenn die Hexe zu uns kommt. Das hier ist schon wieder nichts. Äh. Okay. Das Problem ist, dass wir dann hier wahrscheinlich gar keine Paletten mehr haben, weil alles wieder weggenudelt wird. Das Problem haben wir ja öfter. Oh, da hinten hat sie ein paar Fallen gelegt. Das könnte jetzt in die Hose gehen. Du kommst zurück. Hä? Da ist sie immer noch. Okay. Da ist ein Totem, da ist ein Totem. Zwei Generatoren nur noch. Leute, ich glaube... Ein Generator nur noch. Ich glaube, wir machen mal lieber die Totems weg. Ich habe da so ein... Ungutes Gefühl. Ich glaube übrigens, dass es Matchmaking hier wieder mal eine Glanzleistung vollbracht hat. Es war noch niemand am Haken bisher. Ich glaube, das Matchmaking hat mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich renne mal eben. Ich hoffe, dass hier am Rand jetzt keine Fallen gelegt wurden. Deswegen einfach mal weiter rennen. Problem ist nämlich sowieso, wenn der letzte Generator aktiviert wird, dann ballert sich ja bei uns... Nee, Feng wird gejagt. Feng, geh mal woanders lang. Ich will das letzte Totem hier wegmachen. Okay, sind scheinbar weg. Wenn der letzte Generator gemacht wird, dann bekommen wir ja sowieso noch Adrenalin. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass wir uns die Ausdauer jetzt hier wieder runternehmen. Obwohl sie jetzt sowieso schon wieder weg ist. Alles klar. Gut. Dann sollte ich da vielleicht nicht unbedingt hinrennen. Da ist die Hexe. Das ist schon wieder so eine Runde, wo man irgendwie Mitleid mit dem Killer hat, ne? Drei Gens sind hier in der Linie, mehr oder weniger. Andere Person ist wieder hochgeheilt. Also Nöd gibt's heute nicht für dich. Tut mir leid. Ich hab heute kein Nöd für dich. Aber noch einen Gen, den würde ich dir geben. Einen fettigen Gen. Wenn das okay ist für dich. Na, da kommt noch eine Nähe an. Hey, Glückwunsch. Roten Ränge. Und... Wuhuuu. Okay, sie ist nicht hergekommen. Gut. Also, wie gesagt, Nödstelle gibt's heute nicht. Und wir rennen mal eben zum Ausgang. Sehe ich schon, wo die Luke ist. Oh ja, hier. Genau vor uns. Okay, dann könnten wir theoretisch auch noch durch die Luke einfach abhauen. Ausgang ist offen. Oh, die Runde, Leute. Das ist schon wieder... Obwohl die Runde sogar länger ging als manche andere Runde. Das finde ich noch ein bisschen verwirrender, muss ich ja gestehen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Oh yeah, die gute alte Luke, Leute. Moin, moin. Nehmen wir natürlich mit. Ach man, ey. Aber trotzdem, für den Killer-Feels-Batman. Oh, 999.178. Puh. Wenn ich jetzt klicke, fliege ich wieder raus, oder? Ich würde gerne... Geht das hier noch weiter? Scheinbar... Ja doch, scheinbar doch. Ich würde gerne noch einmal ihr Setup kurz sehen. Zumindest. Ich glaube nämlich, wenn ich okay drücke, dass ich dann wieder rausfliege. Alter Vater. Dann müssten wir gleich mal gucken. Äh, da sehen wir es. Nee, sie hatte noch Unerbittlich dabei und Pirscher. Alles klar. Ach, das dritte Siegel. Rang 12. Ja, siehste. Sag ich doch. Oh man, die Arme. Ich meine, Unerbittlich ist auch so eine Sache, dass sie nehmen meistens eher Anfänger mit. Weil Unerbittlich triggert ja nur, wenn du jemanden nicht triffst. Deswegen, meistens ist es eher wieder so eine Fähigkeit, die Leute mitnehmen, die noch nicht ganz so lange dabei sind. Weil sie auch einfach nicht so viel Auswahl haben. Und weil sie wahrscheinlich eher mal ein Hit daneben sind. Ach guck mal, würde sogar, würde sogar noch klar gehen. Alles klar. Ja, wir sind kaum in der Verfolgungsjagd gewesen. Eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen haben wir nicht ganz so viele Punkte. Die anderen konnten sich da immer ein bisschen was geiern. Ich meine, in der Selbstlosigkeitskategorie gab es ja auch gar nichts zu holen. Zielkategorie haben wir voll. Ach, Tapferkeit. Ach guck mal, doch haben wir sogar richtig viel eigentlich noch. Ach, vielleicht weil wir uns nie hochheilen mussten oder nie jemand anderen hochgeheilt haben. Wahrscheinlich. Weil Tapferkeit, ja klar. Ich habe ja auch vier Todems gemacht. Stimmt. Ach Mensch. Na ja, gut. Okay. War eine solide Runde. Wir können mal eben ganz kurz schauen. Ich meine, das hier war jetzt das letzte 100% Offering. Dann würde ich sagen, können wir Ace hochleveln. Und äh. Zack, Sekunde mal. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich noch ein 100% Offering bekommen in der Zwischenzeit. Ich habe nur noch 25, 25. Selbstlosigkeit. Oder ich level erst mal hoch, nutze noch mal die 25er. Würde auch gehen, ne? Pass auf, komm Leute, scheiß drauf. Wir machen jetzt mal eben die 5 Level hier noch. Äh, zack. Wir holen uns die 5 Level hier noch mal schnell in dem Video. Dann bin ich ein bisschen flexibler. Was das Prestigieren angeht. Dann können wir Prestige rauskloppen. Eigentlich, warte mal. Wir warten erst mal ab, wo der Enditus startet. Okay. Und dann können wir hier hingehen. Kannst du dich den Paketer holen? Ach, Schwein gehabt, ey. Auf die Lampe da hätte ich sowieso keinen Bock gehabt. Und dann, wenn ich noch ein... Offering bekomme. Kann ich es nutzen. Schlüssel brauche ich überhaupt nicht. Ah, geil. Der startet da oben. Unter den Umständen... Ah, ne. Hol ich mir den Schlüssel auch nicht. Ich hole mir eigentlich, wenn nur, die Offerings. Und dann können wir jetzt noch mal 1, 2 Runden mit Ace machen. Vielleicht auch heute Abend im Stream. Sonst mal gucken. Ich mache vielleicht sonst gleich noch mal eine mit Ace. Guck mal, hier sind auch noch mal ein paar 25er. Obwohl ich glaube, so viele 25% Offerings brauchen wir dann doch auch schon wieder gar nicht mehr. Hier mache ich schon mal dicht. Soll er mal ruhig bauen. Jetzt startet er hier. Ja gut, dann... Dann soll er sich den Kramster holen. Fällt immerhin ein bisschen was weg wieder. So, Map Offering müssen wir uns holen. Ist dann halt so. Und dann sollten wir bis heute Abend spätestens die 1 Million, denke ich mal, wieder voll haben. Wie gesagt, 18 Uhr, wenn ihr Bock habt, Leute. Schaut vorbei. Auf Twitch, wie immer. Ne, der Link in der Videobeschreibung. Ja, wo willst du jetzt hin, Andy? Ich muss mal gucken. Er geht da lang. Okay. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er woanders hingeht. Ab 18 Uhr sind wir heute online. Und heute Jukebox Friday. Mit ein bisschen Musik am Start. Für den perfekten Start ins Wochenende. Von führenden Ärzten empfohlen. Oder irgendwie so. Tja, wenn du hierhin gehst, fällt was weg, ne? Aber da fallen halt... Ja, danach holt er sich die ganzen Billigsachen. Naja, warte mal. Wir könnten ja hier zumindest so lang gehen, dass er sich nicht alle Billigsachen krallen kann. Da ist auch noch ein bisschen Billigsachen für uns übersinnend. Und dann holen wir uns nochmal ein 25er. Besser als das da. Und wir sind auf Level 50. Und wie wir sehen, sehen wir hier... Auch kein 100% Offering. Gut, das bedeutet, wir brauchen noch knapp 200.000 Blutpunkte. Das sollten wir hinkriegen. Und dann hau ich die Offering... Ja, alle Offerings kriege ich, glaube ich, gar nicht mehr weg. Und sobald ich dann auf der 1.000.000 bin, das wird wahrscheinlich heute Abend im Stream der Fall sein, beziehungsweise ich nehme ja noch eine Runde für YouTube mindestens auf, dann würde ich sagen, prestigiere ich ihn. Ja, klingt nach dem Plan. Gut, Leute, dann bin ich erstmal raus, ja. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer über Likes, über Kommentare. Jetzt nochmal hier am Ende ein paar Blutpunkte rausgeballert. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und vielen Dank natürlich auch an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.